Hallo, hier ist der automatische Anrufbeantworter von Fernsehdienst Willi Klein. Doch alle Leute, groß und klein, ja die lieben mich, denn wo immer irgendeine kleine Schraube locker ist, ja die mach ich unter Garantie im Handumdrehen fest und wackelt oder klemmt vielleicht mal irgendwo ein Draht. Kurzer Anruf, Willi, komm und der weiß immer ran. Willi Klein, der Fernsehmann, der hat den Bogen raus. Wo immer was nicht funktioniert, kommt er sofort ins Haus. Willi Klein, der Fernsehmann, ist Tag und Nacht bereit. Und wenn er anderen helfen kann, ist ihm kein Weg zu weit. Fernsehdienst Willi Klein lässt keinen allein. Gerade bei den Damen, da hab ich nen Stein im Brot. Und haben die mal Bild auf, weil bin ich besonders nett. Und manche hab ich dabei schon vor Schlimmeren bewahrt. Die reparier ich dann gleich mit, das ist so meine Art. Willi Klein, der Fernsehmann, der hat den Bogen raus. Wo immer was nicht funktioniert, kommt er sofort ins Haus. Willi Klein, der Fernsehmann, ist Tag und Nacht bereit. Und wenn er anderen helfen kann, ist ihm kein Weg zu weit. Habt ihr mit dem Kasten Kummer, wählt Willis Fernseh-Service-Nummer. Letzte Woche kam ein Anruf, grad um Mitternacht. Und ich hab mich auch zuvor auf den Weg gemacht. Was hätte ich nicht tun sollen, noch dazu um diese Zeit. Denn in meinen Überbau, einfach ging ich dann auch drum zu weit. Denn der Mann, der gerade heimkam, hat dann ziemlich schnell kapiert, dass ich viel zu üblich, viel zu gründlich repariere. Seitdem werd ich, ja, von ihm auf den Teufel komm raus. Doch ich hörbar, ja, kam heimlich schon im Nebenhaus. Willi Klein, der Fernsehmann, der hat den Bogen raus. Wo immer was nicht funktioniert, kommt er sofort ins Haus. Willi Klein, der Fernsehmann, ist Tag und Nacht bereit. Und wenn er anderen helfen kann, ist ihm kein Weg zu weit. Liebe Leute, lasst euch sagen, im Notfall immer Willi fragt. Und wenn ihr einmal Sorgen habt, dann gebt mir doch Bescheid. Ich bin ein sehr korrechter Mann, zu allem, der bereit. Was meint ihr wohl, was denkt ihr wohl, wie ich mich drüber freu? Ruf dich einmal wieder einmal an. Willi Klein, der Fernsehmann, haha, für die ist der Größte.